Hallo zusammen, ein neuer Tag und ein neuer Plan. Wir gehen heute auf den Kandel, das ist der Hauswerk von Waldkirch mit 1243 Metern. Hinter mir sieht man den Kandel, das ist der Hauswerk von Waldkirch mit 1243 Metern. Da fallen wir jetzt hoch und machen so einen kleinen Kandel. Das ist der Hauswerk von Waldkirch mit 1243 Metern. Tschüss, tschüss. Amen. 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 Wir sind auf dem Kandel und starten unseren Kandelgipfel. Wir sind auf dem Kandel. Wir sind auf dem Kandelgipfel. Wir sind auf dem Kandel. 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 Wir sind auf dem Kandel.